Zu beobachten ist entweder eine unkritische Verlängerung freizeitbezogener Konsumtions- und Hörgewohnheiten in den Musikunterricht hinein oder auch, und darauf hinzuweisen erscheint besonders wichtig, infolge einer überhöhten oder falsch verstandenen Erziehung zur Kritikfähigkeit eine Vernachlässigung der im schülereigenen Lebenszusammenhang entstandenen musikalischen wie sozialen Erfahrungen zugunsten einer davon abstrahierenden kritischen Kompetenz, die übergangslos gesellschaftsverändernd wirksam werden soll.